Hallo Leute, ich bin der Genkiller und Scherzer Scherch. Willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich mal ein bisschen die Spieler rollen, in dem Fall den Entry-Frager, euch ein bisschen näher bringen oder ein bisschen halt erklären. Und wir fangen mal damit an, was so ein Entry-Frager macht. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, was ein Entry-Frager macht, Informationen beschaffen. Sprich, er geht auf irgendeinem Spot und kann euch dann sagen, wie viele Gegner er dort gesehen hat, zum Beispiel drei Gegner und dann kann er euch am besten oder im besten Fall auch noch sagen, wo sich die Gegner befinden. Das heißt zum Beispiel auf diesen Asport, einer als Auto, einer als Pit oder sowas. Und der kann euch halt genau sagen, wo die Typen sind, damit ihr halt einfach einfacher habt, diese Gegner zu killen und ja, somit habt ihr schon mal einen Riesenvorteil, wenn ihr wisst, wo die Gegner sind. Und die zweite Aufgabe eines Entry-Frager sind, Spot einzunehmen. Das heißt, ihr geht zum Beispiel, nehmen wir mal Inferno, ihr geht über Banane und ihr sieht halt, B-Spot hinten links in der Ecke steht einer. Der versucht den nicht zu killen, er gibt einfach nur die Informationen weiter, dass da einer ist an dem Ding, sodass ihr den killen könnt, eventuell Granaten da hinten in die Ecke reinwerfen könnt. Und der geht dann weiter Richtung CT-Spot und versucht sich dann irgendwie in den Ruinen oder an ihrem Auto zu verstecken, um da halt den Platz einzunehmen, dass die Gegner halt nicht schnell hinterher pushen können und auf Spot kommen können, wenn sie von A rotieren nach B oder andersrum, ich weiß gar nicht, welcher Spot das ist. So, dass ihr halt mehr Spots eingenommen habt und versucht, die Karte somit einzunehmen und einen größten Teil der Karte einzunehmen. Ihr könnt in der Zeit auf dem Spot planten und er kann dann die Leute, die verschieben, zum Beispiel wegholen. Und ja, das ist auch meiner Meinung nach eine Aufgabe vom Entry-Ficker. Sollte er noch leben, versuchen Spots einzunehmen und nicht unbedingt die restlichen Leute auf den Spot zu killen. Das ist viel wichtiger, Punkt 1 zu erfüllen und Informationen zu beschaffen, wo die Gegner sind und die natürlich dann auch an eure Teammates, also an seine Teammates oder an eure Teammates halt weiterzugeben, solltet ihr den Entry-Ficker machen. Dann sollte er versuchen, den ersten Kill zu machen. Ich habe das zwar vorher gesagt, er sollte nicht auf Kills geben, aber ihr wird meistens halt, um mehrere Spots einzunehmen, nicht drumherum kommen, ein oder zwei Typen zu killen oder zumindest versuchen zu killen. Aus dem einfachen Grund, damit euer Team, ist auch gleich der nächste Punkt, einen Vorteil hat. Denn dann wisst ihr, ihr seid jetzt einer mehr als ihr Gegner. Auf B-Spot meinetwegen, bleiben wir einfach mal hier auf Banane. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist B. Habt ihr halt einen Gegner weniger vor euch, das heißt, im Normalfall müssten da nur noch ein oder zwei Gegner sein, wenn sie gerade nicht einen Vier- oder Fünfer-Stack gemacht haben. Wisst ihr, aha, ihr habt dann noch einen Gegner und dann können eure Teammates schnell hinterher pushen. Aus dem einfachen Grund, ihr wisst, da sind jetzt weniger Leute, ihr habt den Vorteil und er, sollte er noch einen zweiten auf dem Spot spotten, dann kann er die Informationen an seine Teammates weitergeben und weitere Spots versuchen einzunehmen. Dann kommen wir als nächstes. Was braucht man als Entry-Frackler? Erster Punkt, meiner Meinung nach, Reaktionen. Denn ihr müsst, seid ja meistens auf euch allein geschält, wenn ihr nicht gerade einen Supporter habt, aber zu dieser Rolle kommen wir in einem späteren Video nochmal, braucht ihr auf jeden Fall Reaktionen. Denn ihr müsst halt, wenn ihr auf einmal seht, da rechts kommt ein Gegner, wenn ihr versucht, links abzuäumen, müsst ihr genug Reaktionen haben, um da drüber zu flicken und versuchen, den Gegner wegzuholen. Und da kommen wir auch gleich mit zum Punkt 2, meiner Meinung nach Aim. Ich finde, das ist sehr wichtig, da man neben Reaktionen auch Aim braucht, da ihr meistens, oder vermutlich die Gegner noch alle Full-HP haben und irgendwo campen und ihr kommt ja meistens irgendwie angelaufen oder versucht halt, den Spot einzunehmen, werden sie euch schon abaimen. Das heißt, ihr müsst natürlich auch die ganzen Spots kennen, wo die Gegner sich hinterher verstecken. Und ja, deswegen braucht ihr Aim und Reaktionen, falls einer außer einem Versteck vorkommt, dass ihr schnell rüberflicken könnt und den Gegner dann wegholen könnt. Und als nächsten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Meets Points. Damit ist gemeint, zum Beispiel bleiben wir einfach mal auf Inferno und Banane. Ihr müsst wissen, wie weit ihr mit eurem Messer laufen könnt, ohne auf einen Gegner zu treffen. Das heißt, ihr wisst, aha, jetzt ungefähr, ihr müsst natürlich auch gucken, was ihr für einen Spawn habt und alles müsst ihr mit berücksichtigen. Und ihr wisst, aha, ich bin jetzt ganz vorne gespawnt. Das heißt, ich kann jetzt bis zum Auto laufen, ohne auf einen Gegner zu treffen. Stimmt jetzt in dem Fall nicht, aber nur mal als Beispiel. Und ab dann müsst ihr halt vorher eure Waffe rausholen, falls der Gegner versucht, euch zu waschen, so dass ihr einfach wisst, wo trifft ihr auf eure Gegner. Und dann kommen wir mal zu was Allgemeinem. Sobald der Entry Frigger einen Kill hat oder wenn er stirbt, aber schnell genug der Supporter da ist und den Refrag macht sozusagen, ist seine Aufgabe erledigt. Denn ihr werdet halt eine schlechte KD haben, was vor allem beim Solo-Cue, das heißt, wenn ihr alleine spielt, ja, ja, man muss halt drüber stehen können, denn meistens werdet ihr von Teammates geflamed, weil ihr meistens eine schlechte KD habt. Und deswegen würde ich euch Entry Frigger auch nur empfehlen, mit ein oder zwei Teammates zu zocken, also mindestens ein oder zwei Teammates zu zocken. Am besten immer mit einem Supporter dazu. Wie gesagt, die Spielerrollen werde ich mal in einem anderen Video erklären. Ja, ihr werdet einfach geflamed, ihr werdet eine schlechte KD haben, denn ihr geht einfach rein und ihr solltet möglichst versuchen, einen Kill zu holen oder zumindest den Assist, dass euer Teammate nur noch eine Granate werfen braucht. Oder am besten ist der Teammate direkt hinter euch oder neben euch und kann dann direkt den Refack machen. Und meiner Meinung nach auch sehr wichtig, Spots einzunehmen. Nicht killgeil sein, wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich sowieso eine schlechte KD haben, sondern versucht einfach zu dem Teammate zu sagen, ja, da ist einer, da ist einer und ihr geht einfach weiter und versucht dann den Gegner die Verschiebewege aufzuhalten, dass eure Teammates genug Zeit haben, die Leute auf dem Spot zu killen und dann im besten Fall die Bombe zu planten. Und das waren jetzt so meine Tipps für den Entry Figure. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich nochmal ingame geben und euch da ein paar Szenen zeigen oder beziehungsweise ein paar Beispiele zeigen, wie ich die ganzen Tipps meine. Das war jetzt sozusagen die Theorie und ich versuche euch jetzt gleich noch ein bisschen Praxis zu zeigen. Dann sehen wir uns gleich ingame. So, jetzt müsste ich euch diese ganze Praxis, die ich gerade euch gezeigt habe oder erklärt habe, auch ein bisschen ingame erklären. Ich würde euch am Anfang empfehlen, ein Spot auf einer Map erstmal zu lernen. Das heißt nicht direkt mehrere Spots, sondern nur ein Spot zu nehmen. Und zwar zum Beispiel würde ich euch hier bei Inferno B Banane empfehlen, da ihr hier einfach nur wenigere Spots habt, die ihr abchecken müsst, anstatt ihr jetzt hier, irgendwie wenn ihr hier schon rausgehen wollt, müsst ihr dann müsst ihr schon mal zwei Spots abdecken. Oder wenn ihr hier, wow, in dem Haus seid, dann müsst ihr ja erstmal hier gegenüber die Treppen abdecken. Hier diesen Balkon-Room und hier den Kinderzimmer und hier lang müsst ihr einfach, habt ihr zu viele Spots, die ihr abdecken müsst. Deswegen wäre es für den Anfang zu empfehlen, zum Beispiel euch hier sowas auszusuchen, auf das 2 der B-Spot zum Beispiel. Wenn ihr aus dem Tunnel kommt, müsst ihr auch nicht auf so viele Sachen achten, wie wenn ihr jetzt A lang oder auf A kurz erstmal kommen wollt. Und dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier seid, granatenmäßig, würde ich euch auf jeden Fall eine Smoke empfehlen, da ihr dann zum Beispiel, wenn es hier weiterkommt, hier das Absmoken könnt, den CT-Bereich. Und ja, Fläche sind natürlich auch immer wichtig und dann, je nachdem, was das Geldmäßig zusagt, würde ich euch am besten noch einen Molotow-Cocktail empfehlen, aus dem Grund, damit ihr damit auch noch einen Spot klären könnt. Wenn ihr jetzt hier irgendwie Banane versucht einzunehmen, könnt ihr hier so rüberjumpen. Dann könnt ihr hier einfach mal eine Flash hochwerfen und dann hier, okay, das ist natürlich ein super Beispiel, die Flash da hochwerfen, warten bis sie aufpoppt, dann hier rübergehen und dann könnt ihr, wenn ihr da keinen gesehen habt, mal hier ein bisschen rumsprayen, also immer wieder so, so und gucken, ob da einer hinterm Auto ist. Den habt ihr dann gekillt. Dann könnt ihr hier weiter, hier versuchen, einen zu killen. Ich habe jetzt kein Molotow, sonst könntet ihr euch hier so verstecken, dass ihr euch da nicht sehen könnt und dann versuchen, die Sandsäcke da zu Molotowen. Da habe ich jetzt mein Teammate gerade getroffen. Dann könnt ihr hier so um die Ecke gucken und das wäre hier, sollte jetzt euer Supporter am besten kommen und euch da absmucken. So, dass ihr von da schon mal nicht geholt werden könnt. Jetzt könnt ihr hier weitergehen und gucken, ob da keiner ist, ob hier keiner ist und dann könnt ihr sehen, aha, da hinten ist einer, Sandsäcke ist, könntet ihr zum Beispiel, wenn ihr seht, aha, da ist einer, irgendwie zurückgehen oder als Supporter sagen, oh, das war fail, dass er hier irgendwo so eine, ich bin gerade so doof zu werfen, auf jeden Fall, dass er hier eine Flash wirft, dass der Typ da hinten geblendet ist und zurück, der wird dann wahrscheinlich, wenn ihr euch seht, hier hinten zurückgehen. und das meinte ich vorhin, wenn er dann hier hinten ist, solltet ihr jetzt nicht, äh, killgeil werden und versuchen, aha, schnell dahin, schnell dahin, nein, eure Teammates können dann Granaten hinwerfen oder Molotov hinwerfen und ihr habt dann entweder die Möglichkeit, hier wird dann wahrscheinlich noch die Smoke liegen, dann würde ich euch ja nicht empfehlen, durch die Smoke zu laufen, sondern ich würde euch empfehlen, hier das abzuaimen und hier weiterzugehen und die Ruinen einzunehmen. Das ist ja auch ein Punkt, den ich euch versucht habe zu erzählen, dass ihr möglichst viel Platz einnehmen wollt und dann müsst ihr halt gucken, ob ihr euch hier versteckt, so dass ihr da den Gegnern Platz frei haltet, euren Teammates meine ich, oder ob ihr versucht, okay, das ruckelt gerade, nehmt der noch auf, okay, Entschuldigung, diesen Ruckler, ich weiß nicht, woran das liegt und dann könnt ihr euch hier irgendwo verstecken oder ihr versucht halt noch weiter vorzudringen und, äh, irgendwo hier hinzugehen, aber ich würde euch nicht empfehlen, zu weit, äh, wegzugehen, sondern ihr müsst halt immer noch einen Blick mit auf die Bombe zu haben, ey, wieso ruckelt das jetzt so, ich hoffe mal, die Aufnahme läuft jetzt, also, ihr hört mich wenigstens flüssig, dann versucht ihr euch einfach hier irgendwo in die Ecke zu stellen und die Leute, die dann kommen, zu killen und, wie gesagt, wenn ihr einen Kill habt oder eurem Teammate einen Assist geben könnt, habt ihr eure Rolle schon erfüllt und, ähm, ich hoffe mal, ich konnte euch so alle Aspekte des Entry Frackers, ähm, zeigen, habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge für die nächsten Videos habt, dann, äh, könnt ihr mir einen Kommentar dran schreiben oder wenn ihr den Entry Frackers anders spielt, könnt ihr mir natürlich auch einen Kommentar da lassen. An der Stelle bedanke ich mich dann recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Ciao.